Die hierzu erwerbende 4-Zimmer-Wohnung befindet sich im Hochtaunus-Kreis. Das im Jahr 2003 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 115 m² beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 555.000 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017